Es ist wieder an der Zeit. Meine 10 Lieblings-Virginia-Tabak-Sorten. Die Lieblings-Darkblend-Sorten gibt es dann im nächsten Video. Platz Nummer 10. Ich halte euch stellvertretend mal eine andere Dose von Loyal hin. Platz Nummer 10 wäre der Kirsche von Loyal. Super leckere Kirsche und wenn es um Kirsche auf einem Virginia-Tabak geht, dann wäre Loyal meine erste Wahl. Das reimt sich sogar. Ich habe übrigens zwei von meiner Darkblend-Liste und einen von meiner Virginia-Liste gemischt. Was das Ganze ist, verrate ich euch dann im nächsten Video. Ansonsten würde ich ja schon was vorwegnehmen. Speaking of vorwegnehmen, hier steht ja schon neben mir der Platz Nummer 9. Der Bitcoin von Mixto. Eine etwas Nimptu-artige Zitrone. Ich finde, man kann ihn aber ganz normal als Zitrone nehmen. Also jetzt muss man nicht irgendwie großartig drum rum machen. Das hat so einen Zwei-Vibes, aber im Grunde genommen einfach eine leckere Zitronensorte. Platz Nummer 9. So, und dann kann ich dieselbe Dose doch nochmal holen. Und zwar ist auf Platz 8 der Kimatra. Bei Loyal kann man immer sehr schön anhand von den Namen schon so ein bisschen ableiten, was drin ist. Ki steht für Kiwi, Ma für Maracuja und Dra für Traube. Also ein sehr guter Pre-Mix schon. Wenn ihr nicht so gerne mischt oder noch nicht wisst, was ihr gerne miteinander oder gut miteinander mischen könnt, ihr raucht aber gerne einen Mix, dann kann ich euch zum Beispiel diese Sorte sehr ans Herz legen. Und zwar Kiwi, Maracuja und Traube direkt in einem sehr leckeren Mix. Für mich am meisten die Traube am Start, aber auch die anderen Sachen gehen nicht wirklich unter. Guter Tabak. Da hat eventuell jemand den White Cake auf der Kopfbaustation liegen lassen. Und das ist der nächste Platz. Immer noch ein Zitronenkuchen-artiger Tabak, der zwar cremige Noten hat, aber für einen cremigen Tabak gar nicht so unglaublich cremig ist. Und erstaunlicherweise rauche ich den gerne. Obwohl ich cremige Sachen normal gar nicht so mag. Aber der ist einfach nice. Da können wir mal eine Kohle runternehmen. Übrigens ist der White Cake auch eine von den drei Sorten, die in dem Köpfchen sind. Weil die kann ich euch jetzt verraten. Und wo wir gerade bei Fog Your Law sind, können wir auch direkt da bleiben. Und zwar haben wir hier den Cucubra Mule. Einen Gurke-Minze-Tabak von Fog Your Law. Der Gurke sollte ja damals schon auf Fog Your Life rauskommen. Ist er aber leider nie. Jetzt ist er aber zum Glück über Fog Your Law da. Und ich weiß, was viele von euch denken werden. What the fuck, eine Gurke? Aber trust me, das ist irgendwie geil. Also irgendwie funktioniert das mit Gurke. Vor allem noch mit Traube gemixt. Hammer. Bei der Virginia-Liste muss ich aber fairerweise kurz vorneweg sagen. Ich habe es schon die letzten paar Male erwähnt. Ich rauche sehr wenig Virginia. Und das ist noch mal weniger geworden. Das heißt, ich habe jetzt trotzdem zehn Sorten rausgesucht, die ich persönlich gerne rauche. Muss euch aber ehrlich sagen, ich rauche von denen im Moment gar nicht so viel. Weil ich eigentlich fast nur Dark Blend rauche im Moment. It is what it is. Und ich meine, ich habe trotzdem sehr viel probiert. Und kann das ja trotzdem gut einordnen. Was ich gut finde. Was vielleicht von früher noch gut war. Was Gutes dazugekommen ist und so weiter. Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Rauchen tue ich die actually gar nicht so oft. Nicht, weil die schlecht sind. Sondern einfach nur, weil ich extrem in der Dark Blend-Sucht hänge. Würde ich aber Virginia rauchen. Oder noch mehr Virginia rauchen. Ab und zu ist ja schon mal eine Mix drin. Dann wären es die Sorten. Und da ich die Sorte auch nur noch als Dark Blend da habe, muss ich schon ein bisschen spoilern. Es ist der Eino OH. Und das ist eine Guave mit einer süßen, leicht süßen, aber vor allem frischen Minznote mit dabei. Ihr seht es schon. Ich habe jetzt nur den Dark OH da. Den normalen OH habe ich gar nicht mehr da. Den habe ich irgendwann aufgebraucht und habe den auch nicht mehr nachbestellt. Aber der OH, egal ob als Dark Blend oder als Virginia-Sorte, ist einfach eine übertrieben geile Guave, die sich saunice zum Mixen macht. Und deswegen mit in der Top 10. Platz Nummer 4 ist der Grape Bubba von Mixed 2. Die neueste Sorte von Mixed 2. Aber wirklich eine geile, dunkle Traube, die easy mein Herz erobern konnte. Also ich glaube, wenn ich jetzt all meinen anderen Vorrat an Traube schon weggeraucht hätte. Ich habe zum Glück noch viel von dem alten Fokker Live Traubeminze. Den würde ich sogar immer noch slightly da drüber setzen. Aber by the way, ich habe keine Sorten mit auf die Liste genommen, die man nicht kaufen kann. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Erzähle ich euch hier 10 supergeile Sorten, die ich noch hier rumliegen habe, weil ich gut gebunkert habe. Und ihr sitzt daheim und sagt so, cool, ich bin kein Stück weiter nach diesem Video. Das wollen wir nicht. Deswegen die nächstbeste Empfehlung. Die, die man auch aktuell kaufen kann. Der Grape Bubba von Mixed 2. Süße, schwarze Traube mit ein wenig Minze. Ultra geil. Jeder, der Traube mag. Bevor ich euch jetzt aber sage, was es in die Top 3 geschafft hat. Schreibt mir gerne mal eure Top 3, 5 oder auch 10, wenn ihr möchtet, unten in die Kommentare. Ansonsten haut gerne euren Lieblings-Emoji einmal für den Support unten rein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn es euch gut gefällt, sehr, sehr gerne auch noch ein Abo da lassen. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Platz Nummer 3 muss ich euch jetzt hier einblenden. Habe ich nämlich im Büro schon leer geraucht. Daheim habe ich noch eine Packung. Hätte man schlau sein können und mit ins Büro nehmen können, habe ich nicht. Der SK Big Bag Man. Johannis-Beere, Traube und Beeren in einem überragenden Premix. Also genau dasselbe wie bei dem Kimatra. Wenn ihr zwar gerne einen Mix raucht, aber vielleicht noch ein bisschen unkreativ seid und noch nicht wisst, was passt denn so zusammen. Der Big Bag Man ist fertig und exzellent. Platz Nummer 2. Der Purple Lean von Fog Your Law. Ist auch so eine Art Traube. Aber wenn man jetzt den zum Beispiel mit dem Grape Barber vergleicht, ist das unglaublich weit auseinander. Der Purple Lean ist auch eine dunkle Traube, aber eher so eine Vape-Süßigkeiten-Traube. Also falls ihr schon mal bei einer Vape dieses dunkle Traumaroma hattet, was so unglaublich süß, unglaublich bappig ist. Genau das ist das auf dem Purple Lean. Also wenn ihr sowas zum Beispiel beim Vapen, bei Süßigkeiten oder sonst was liebt, dann ist der Purple Lean mit Sicherheit auch ein absolut überragender Tabak. Ich kann es nicht ultra, ultra oft rauchen und deswegen ist es fast verwunderlich, dass er auf Platz 2 ist. Aber er ist so gut geworden, dass er da einfach hingehört. Das ist es. Also eine unglaublich süße, bappige, Süßigkeit, Vape-ähnliche Traube. Man könnte das am ehesten sogar noch mit der amerikanischen Grape Soda, falls ihr sowas kennt. Damit kann man ihn auch gut vergleichen. Es ist schon wirklich wild, aber ist auch einfach geil. Ich persönlich mag den sehr. Deswegen Platz Nummer 2. Fehlt uns also noch der Platz Nummer 1. Der von mir best geratete Virginia Tabak in den letzten Monaten. Und auch da muss ich euch die Dark Blend Dose hinhalten. Hier der Aino Black, aber eigentlich heißt er Black Ice, eine Brombeere. Und wer mich kennt, weiß ja, ich rauche Brombeere wohl ab und zu ganz gerne. Nicht nur beim Dark Blend, auch beim Virginia. Und deswegen ein verdienter Platz 1 für den Black von Aino. So und das war meine Top 10. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die konnte helfen und dann bis zum nächsten Mal. Da gucken wir uns Dark Blend an.